wunderschön guten tag liebe zuckerbande herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem youtube kanal und ja wir sind mitten in den tour proben gerade und wie soll es anders sein erst kommt kein content und jetzt kommt alles auf einmal wir sind heute bei der schlagernacht in der waldbühne in berlin also quasi zu hause und natürlich kriegt ihr dafür auch ein video und wir beziehungsweise ich will jetzt in die wenden gerade ab wir fahren zum soundcheck danach geht es wieder die tour proben das sind wieder ein anderes video und denn heute abend ist der auftritt ich nehme euch natürlich wieder ein kleines bisschen mit film ein bisschen was mit und ihr seid mit dabei und ja wir gehen jetzt kurz ins intro nach dem intro sind wir in der waldbühne und wir sehen uns gleich da wieder so lieben wie versprochen sind wir jetzt vom auto direkt hier angekommen in der waldbühne und ich würde sagen wir beide haben richtig bock heute hier abzureißen soundcheck oder doch schon ich denke auch wir gehen wir zur bühne und ich nehme ich damit empfehlen und mich nicht leid angenehm Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Heute nicht Denn das ist mein Tag, denn wie mir keiner was sagt Lass die Sorgen doch wegnen, wenn ich die sonst in den Fall So meine ganze Welt wird unterliegt Ist mir egal Heute nicht Ist mir egal Heute nicht Denn ich war mir nicht so viel 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 Das war's für Sie. Hier ist mein Mann! Ich steh uns vor, sich sehen, du so. Hey! Ich steh uns vor, sich sehen, du so. Hey! Ich steh uns vor, sich sehen, du so. Keine Montage, nurgiau. Allleistende everything will bemerke, alles was beim Ant saved. Allleistende everything will bemerke, Allleistende everything will bemerke, allleistende everything will bemerke, allleistende everything will bemerke. Bez части! Das war's für Sie. Das war's für Sie. Ich weiß ja gar nicht, ob das ist in der Weg, aber aber enormen Namen. Danke. Ich schaue auf dich. Danke. 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 Der Mann mit der großartigen Schmürgepapiersstimme, der Mann, der nach 100 Stimmungsgerade ist, der besandter kommt. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Der Mann mit der größten Schmürgepapiersstimme ist, Finn Kurskamp. Ich bin kein heute nicht. Die Welt hat sich in halb so schnell. Bühne wie mein Schles am Feld. Ich mache einfach mal blau. Ich schau mir so ganz entspannt nebenbei den Wahnsinn an und mach mein Handy jetzt aus. Ich habe tief ein und lasch alles los. Sag heute mal nein und ich dreh einfach um. Okay, gut. Sehe ich auch dunkle Wolken am Horizont. Ist mir egal. Heute nicht. Und wenn das Karos auch immer näher kommt. Ist mir egal. Heute nicht. Lass deine Sachen noch bei mir. Doch sie bedeuten mir nichts mehr. Keine Spur von Traurigkeit. Ich komme besser mit mir klar. Ich mache jeden Tag für Tag. Und ich freue mich auf eine neue Zeit. Und ich freue mich auf eine neue Zeit. 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 Amen. Ja, selbstverständlich. Wenn ich vorhin noch ist, ist immer alles gut. Ja, selbstverständlich. Das war's für heute. ein Musik Musik der Die Lieblingsbanks die Damen und Herren, der Herz aus den Gnade und der Gnade. Die Schöne und die Gnade und die Döne und die Gnade, die Wahl so variieren. Das helftเรา, unsere Reichter! Das helft attache uns in die Weise. Das helft das Helme und der Gnade und der Gnade. Das Wiesbaken, du Mann und der Gnade und der Gnade, Rau, Sonnega, dass es für den Tag der Magistar ist. Und das ist für den Tag, und das ist für den Tag, dass es für den Tag der Magistar ist. Rau, Sonnega, Rau, Sonnega! Rau, Sonnega, Rau, Sonnega, Rau, Sonnega! Rau, Sonnega, 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 Das war's für heute. Gute, 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 Gute! Rundfunk! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wie war es für dich? Richtig abgerissen, ne? Ja, ihr Lieben. Wie sagt man so schön? Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt. Und ja, wir sind gerade angekommen im Hotel. Ich bin wieder in der Tiefgarage. Ihr könnt es unschwer erkennen. Aber ihr habt gesehen, wir haben grandios abgerissen. Das hat mega Spaß gemacht. Ihr Lieben, Benni ist jetzt schon auf dem Zimmer oben. Rutsig aus. Morgen geht es weiter mit den Proben. Morgen ist Probetag drei. Video kommt in Mitte des Sommers. Also seid ganz, ganz doll gespannt. Ich habe schon ganz viel mitgefilmt. Ich glaube, auf meiner Kamera stand vorhin anderthalb Stunden Material ungefähr zusammen. Also da wird einiges zusammenkommen. Kann ich wieder schön schneiden. Aber wir sind jetzt hier noch im Video der Schlagernacht. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Boah, die Stimmung ist immer grandios in diesem Kessel. Und ja, an der Stelle würde ich mich natürlich noch mal über ein Däumchen nach oben freuen. Oder ein kostenloses Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Und bis zum nächsten Video. Euer Roy.